Wow, ich hätte nicht gedacht, dass Sie die Entlassung so schwer nehmen. Wenigstens muss ich nicht mehr über Ihre Witze lachen, jetzt wo Sie nicht mehr mein Boss sind. Wahrscheinlich habe ich Ihnen einen Gefallen getan. Jetzt können Sie sich einen Job besorgen, für den Sie brennen, mit einem Boss, den Sie mögen. Ich mag Sie. Wirklich? Und wie sehr? Ich habe mit meinem Ex-Boss geschlagen. Vielleicht ist er wirklich, mein Mann. Vielleicht ist es Schicksal. Auf jeden Fall ist es eine tolle Story für unsere Enkel. Er wird sicher nicht mein Mann. Morgen! Morgen! Du hast kein Klopapier mehr. Okay. Oh, hast du schon Kaffee gemacht? Nein, da ist ein Starbucks auf dem Weg zur Bahn. Ach gut. Ich habe mich gerade selbst ausgesperrt. Meine Schlüssel, die Brieftasche, alles ist da drüben. Kann ich kurz telefonieren? Ja klar, ich hole schnell das Telefon. Colin, hi. Hi. Freut mich sehr. Ja. Darf ich dich heute Abend zum Essen einladen? Gleich. Heute? Mhm. Heute Abend ist doch diese Mieterversammlung. Oh, die Mieterversammlung. Die ist heute, stimmt ja. Ja. Aber ich rufe dich nachher an und vielleicht finden wir ja einen anderen Zeitpunkt, an dem wir uns treffen können. Äh... Okay. Okay. Bis dann. Bis dann. Okay. Vielen Dank.